Erst vergangene Woche aus der großen Sommerpause zurückgekommen, dreht der ÖVP-Korruptionsurschuss seine nächste Runde. Er ist um ein weiteres Kapitel reicher und dieses mutet etwas kurios an, denn heute geht es bei eben jenem ÖVP-Korruptionsurschuss um Korruption seitens der SPÖ. Die ÖVP, die hat ein paar SPÖ-Politiker bzw. ehemalige Politiker geladen, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Der konkrete Vorwurf lautet, dass Studien manipuliert worden sein könnten. Gewisse getürkte Umfragen, all das unter der Leitung von Werner Freimann vom ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler. Konkret geht es eben auch um eine Studie aus dem Jahr 2015 von der Lazars-Weltgesellschaft. Ob das tatsächlich getürkt ist, da streiten sich natürlich die verschiedenen Politiker. Da gehen die Meinungen ganz klar auseinander. Auch die anderen Politiker, die auch direkt da sind, die Fraktionsvorsitzenden dieses Ausschusses, die ja mehr die ÖVP dafür kritisiert, dass es Zeit schinden ist. Zum Beispiel Kajan Grein hat gesagt von der SPÖ, dass es eine ziemliche Zeitverschwendung und auch im Grunde eine Veräppelung. Nina Tomaselli von den Grünen, die hat gemeint, es ist auf jeden Fall ein Abrückungsmanöver. Christian Hafner, auch mit seinen gewohnt kernigen Worten, der hat auch dazu gesagt, völlig unnötig taktisches Zeitschinden. Auch Stefanie Krisper von Lineus hat sich dazu geäußert, weil Andreas Hanger direkt von der ÖVP die ganze Sache eben verteidigt hat. Konkret wurde auch gesagt, was die SPÖ mit dieser ganzen Sache zu tun haben könnte und dass eben das ist der konkrete Vorwurf, es ein reines Zeitschinden ist. Der nächste Tag, der Donnerstag, der könnte dann noch mal etwas spannender werden. Da geht es um den ÖVP Tirol Jungbauernbund, da geht es auch um mögliche Korruption, dass einem Fonds sollte dieser Bund insgesamt über 813.000 Euro erhalten haben, nicht zurückgezahlt haben. Werner Kogler wurde dann von der ÖVP Tirol kritisiert, das wurde wiederum von Kajan Greiner kritisiert. Also das politische Drama, das ist mal wieder vorprogrammiert. Dennoch die Oppositionsparteien, die sehen das eher als Zeitverschwendung, denn die geladenen Gäste sind auch sehr sehr hochrangig. Um 13 Uhr nämlich da kommt Siegfried Lindemeyer, ehemaliger SPÖ Wien- Landtagsabgeordneter und um 16 Uhr Josef Ostermeyer. Josef Ostermeyer, das ist der ehemalige Kanzleramtsminister der SPÖ.